Was ist Geld machen? Geld machen? Ein Kinderspiel mit Lizenzen. Sie wollen so richtig Geld machen? Und zwar auf eine überaus clevere, aber durch und durch legale Art und Weise? Dann sollten Sie sich das Thema Lizenzen unbedingt näher anschauen. Denn überall in der Wirtschaft, wo so richtig Geld machen angesagt ist, da sind auch Lizenzen nicht fern. Denken Sie einfach mal an TV-Übertragungsrechte, um die Ausstrahlung von Filmen und all das Merchandising, das beispielsweise um Harry Potter oder andere Blockbuster aufgezogen worden ist. Auch Computerprogramme oder Spiele würden oftmals über Lizenzen vertrieben und können so richtig Geld machen. Oder um ein besonders populäres Beispiel zu nehmen, was wäre der moderne Fußball ohne Lizenzen? Ohne die Spieler, die auf Basis von Lizenzen von Clubs eingestellt werden, würde der Ball garantiert nicht rollen. Und wenn Sie eine gigantische Ablösesumme denken, die im Fußballprofi und mit seinen Lizenzen gemacht werden, dann wissen Sie, dass auch in diesem Bereich Lizenzen gigantisch viel Geld machen. Grundsätzlich können Sie das Thema Lizenzen aus zwei Warten betrachten. Entweder werden Sie damit Geld machen, wenn Sie anderen irgendetwas gegen Lizenzen geben, damit die ihrerseits Geld machen können. Das kann zum Beispiel ein Buchmanuskript sein, dass Sie gegen eine Lizenz jemand anderem geben, der es dann unter seinem Namen vertreibt. Oder Sie schauen sich um, und zwar nach Anbietern, die etwas haben, mit denen Sie selbst Geld machen können. Dieses Objekt Ihrer Begierde können Sie dann durchaus versilbern, und zwar gegen eine Lizenz. Nicht zuletzt ist auch das Thema Franchise nicht nur ein Bereich, mit dem man ordentlich Geld machen kann. Er ist eine Spielart der Lizenzen. Und deshalb wird er in diesem Ratgeber natürlich ebenso intensiv behandelt wie alle anderen Varianten von Lizenzen. Erfahren Sie, wie Sie mit Lizenzen von Beginn an rund 5000 Euro im Monat in Ihre Kasse holen können. Oder im Internet oder außerhalb davon Lizenznehmer bzw. Lizenzgeber finden und so weiter. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgshundern.de Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos finden Sie den direkten Link dorthin. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.